Ich darf Sie nun offiziell als Obmann der Genossenschaft ganz ganz herzlich zur 150. Generalversammlung der Volksgebietverwaltungsgenossenschaft und mit Sicherheit zur ersten Generalversammlung mit einem eislaufenden Generaldirektor begrüßen. Herzlich Willkommen hier in der Eisarena der Black Wings Linz. Ja, freut mich sehr, Euch begrüßen zu dürfen in der Linzer Eisale. Wir wachsen gemeinsam, der Wachstum ist bei uns ersichtlich und ich glaube darum ergänzen wir uns perfekt. Danke für Ihr Kommen, wir haben jetzt glaube ich noch eine Musikeinlage. Das beste Betriebsergebnis in der Geschichte der VKB und dazu gratulieren wir herzlich. Das beste Betriebsergebnis in der Geschichte der VKB und dazu Vielen Dank.